15. Jahrhundert, Frankreich Das Land befindet sich zu diesem Zeitpunkt in seiner bislang schwersten Krise. Es sah ganz danach aus, als wäre das Ende gekommen. Frankreich würde dieses Mal besiegt werden und dann für immer von der Weltkarte verschwinden. Nur ein Wunder konnte das Land noch retten. Und dieses Wunder kam dann auch. In der Gestalt einer 17 Jahre jungen Frau, die dem Thronfolger versprach, sie werde ihn zum König machen und alles würde so werden wie früher. Und tatsächlich vollbringt diese junge Frau etwas, das niemand für möglich gehalten hat. Sie wird ihr Versprechen halten, sie wird Frankreich retten. Und zum Dank wird man sie dafür hinrichten. Der hundertjährige Krieg war eine der schwersten Phasen, die Frankreich je durchmachen musste. Alles begann damit, dass der englische König behauptete, er sei ebenfalls der rechtmäßige König von Frankreich. Denn seine Mutter war, bevor sie Königin von England wurde, eine aus Frankreich stammende Prinzessin. Frankreich lehnte diesen Thronanspruch jedoch ab, mit der Begründung, dass Frauen und deren Erben von der Thronfolge grundsätzlich ausgeschlossen waren. Eine Frau war zu jener Zeit nichts wert. Erbansprüche wurden, wenn, nur durch die Herkunft des Vaters besiegelt. Es war nicht das erste Mal, dass England und Frankreich sich um Ruhm, Ehre, mehr Land und Schätze prügelten. Krieg zu führen war zu jener Zeit völlig normal. Es gehörte dazu, wenn man ein Herrscher war, wer nicht regelmäßig durch Schlachten seine Macht demonstrierte, war eben kein guter Herrscher. Viele Länder waren dadurch ständig im Clinch miteinander. Jeder Herrscher wollte im Prinzip besser sein als der andere. Jeder hätte am liebsten Europa komplett für sich beansprucht und die anderen von der Weltkarte gestrichen. Dieser 100-jährige Krieg bestand natürlich aus mehreren Phasen und natürlich war das Ganze im Detail noch viel komplizierter. Für dieses Video müsst ihr nur wissen, es sah für Frankreich irgendwann sehr, sehr schlecht aus. Der Krieg dauerte selbst für damalige Verhältnisse ungewöhnlich lang. Insgesamt 116 Jahre wird das alles dauern. Wahnsinn, 116 Jahre Krieg. Zumindest sah man nach knackigen 92 Jahren, dass allem Anschein nach England diesen Krieg wohl für sich entscheiden wird. 1429 war der gesamte Norden von den Engländern besetzt, während die Franzosen immer mehr schwächelten. Logisch, das Land, wo der Krieg stattfindet, ist strategisch immer im Nachteil. Wenn die Schlachten vor der eigenen Haustür stattfinden, hat man viel mehr Probleme als der Gegner, der seine Truppen einfach nur hinschickt. Frankreich ging schlussendlich die Puste aus. 1429 gab es kaum noch einsetzbare Soldaten, kein Geld mehr, um Kriege zu finanzieren. Man wusste überhaupt nicht mehr, an welcher Front man noch irgendwas versuchen wollte. Man hatte keine Ahnung, wie es weitergeht. Es gab Hungernöte. Die Menschen waren stellenweise so verzweifelt, dass manche Franzosen sich freiwillig den Engländern angeschlossen haben. Auch einige Adlige machten das, weil ein Krieg zu erleben ist schon schlimm genug. Aber das Allerschlimmste, was dir passieren kann, ist nach einem Krieg auf der Verliererseite zu stehen. Also haben viele Franzosen, als es klar wurde, dass die Engländer bald gewinnen, die Seiten gewechselt. Frankreich hatte zu jener Zeit auch keinen König. Es gab einen Thronanwärter, Karl VII., doch dieser verschanzte sich in seiner Burg aus Angst vor einem Attentat. Er war noch nicht zum König gekrönt worden. Wie gesagt, eine wirklich sehr schwere Krise für das Land. Das Ende schien besiegelt, als die Engländer es allmählich schafften, die Stadt Orléans zu umzingeln. Diese war taktisch unglaublich wichtig. Wenn die Engländer es schafften, dieses Gebiet zu erobern, dann war's das mit Frankreich. In so einer Situation ist guter Rat natürlich teuer. Doch trotz aller Verzweiflung, eine Rettung war bereits unterwegs. Und diese trug den Namen Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc wurde vermutlich 1412 in einem sehr, sehr kleinen Dorf in Frankreich geboren. Sie stammte aus einer relativ wohlhabenden Bauernfamilie. Sie konnte weder lesen noch schreiben. Sie wusste sehr wenig über die Welt. Dass Frauen ihres Standes keine Bildung erfahren haben, war zu dieser Zeit normal. Frauen waren zum Kinderkriegen und Haushalt führender. Lesen und Schreiben war ein Privileg, welches Nonnen und Hohenadligen vorenthalten war. Sie wusste nicht einmal, wie alt sie genau ist, da man damals das Geburtsdatum bei so einfachen Leuten nicht notiert hat. Ihr wurde nur beigebracht, was sie für ihr späteres Leben als Bäuerin und Mutter so brauchte. Jeanne störte das natürlich nicht. Ihr Leben war erfüllt, verlief ganz normal. Doch als sie 13 ist, verändert sich etwas. Die Engländer überfallen das kleine Dorf, in dem sie wohnt. Jeanne muss mit ihrer Familie fliehen. Und danach fängt sie an, Stimmen zu hören. Stimmen in ihrem Kopf, die sich ihr vorstellen, als die heilige Katharina, der Erzengel Gabriel, spricht ebenfalls zu ihr, sowie die heilige Margareta. Alle befehlen ihr, sie solle der Armee beitreten, Frankreich von den Engländern befreien und den rechtmäßigen Thronerben Karl VII. auf den Thron setzen. Das sei ihre Mission, ihr Schicksal. Jeanne ist damit erst einmal völlig überfordert. Sie beschließt, die Stimmen zu ignorieren. Der Armee beizutreten war eine absolut absurde Vorstellung. Frauen war es damals nicht gestattet, Soldat zu werden. Außerdem hatte sie keine Ahnung, wie man eine Schlacht anführt. Nie im Leben hatte sie ein Schwert in der Hand gehabt. Doch die Stimmen werden immer lauter und es wird sogar noch schlimmer. Bald hat sie zusätzlich Visionen, die ihr ihren Sieg über England deutlich zeigen. Und so beschließt Jeanne mit 17 Jahren, sie werde zur Armee gehen. Sie bemühte sich um eine Audienz beim Stadtkommandanten der Festung Vaucouleur. Doch wie ihr euch sicher denken könnt, wurde sie dort nur ausgelacht und fortgeschickt. Eine Frau, die ohne Kampferfahrung in den Krieg ziehen und auch noch gewinnen will, ja genau, er regnet es, Frösche. Doch Jeanne bleibt hartnäckig. Nachdem ihr an Bildung fehlte, machte sie mit ihrem Charme, ihrem Humor, ihrer Hartnäckigkeit und vor allem ihrer einzigartigen Fähigkeit, sich gekonnt auszudrücken, mehr als nur wieder gut. Nach dem dritten Versuch bekam sie eine Audienz beim Stadtkommandanten. Dieser nahm Jeanne aber auch nicht ernst. Eine Frau kann kein Soldat sein. Jedoch lässt der Mann Jeanne untersuchen. Wenn sie nun wirklich von Gott geschickt wurde, um den Krieg zu beenden, lieber auf Nummer sicher gehen. Jeanne muss eine Reihe von Glaubensprüfungen bestehen, die sicher aufzeigen sollen, dass sie nicht doch eine Hexe ist oder vom Teufel besessen. Jeanne besteht alle Prüfungen. Dem Stadtkommandanten bleibt keine Wahl. Er muss sie zu Karl VII. bringen. Dieser sieht auch überhaupt nicht ein, sich mit Jeanne zu treffen. Eine Frau, die in den Krieg ziehen will, von Gott geschickt, ist klar, das fehlte uns noch. Da Jeanns Besuch zuvor schriftlich angekündigt wurde, hatte Karl VII. sich eine kleine Gemeinheit überlegt. Er hatte vorgehabt, die junge Frau ordentlich bloßzustellen, indem er vor dem Treffen mit seinem Diener die Kleidung tauschte. Der als Karl verkleidete Diener musste sich dann auf den Thron setzen, während der echte Karl, selbst als Diener verkleidet, das Ganze beobachten wollte. Als Jeanne den Thronsaal betritt, ging sie jedoch schnurstracks auf den als Diener verkleideten Karl zu, verneigte sich und sagte, sie sei im Namen des Himmels gekommen, um Frankreich zu retten. Er würde bald zum König von Frankreich gegrünt werden. Da blieb allen Skeptikern im Raum schon etwas die Spucke weg. Jeanne konnte gar nicht wissen, wie Karl aussah und dennoch hatte sie seine List sofort durchschaut und den richtigen angesprochen. Karl war zwar danach immer noch skeptisch, aber jetzt hatte diese Frau sein Interesse geweckt. Die beiden sollen sich anschließend alleine in einem Zimmer unterhalten haben. Jeanne erklärte ihm von ihren Visionen und ihrer Mission. Sie war entschlossen, es ist ihre Aufgabe, Frankreich zu retten. Gott möchte es so. Warum Karl letztendlich einwilligte, ist nicht bekannt. Es gab damals eine sehr bekannte Prophezeiung, die besagte, eine Jungfrau in silberner Rüstung Frankreich aus einer großen Not retten würde. Historiker vermuten, das ist wahrscheinlich der Grund, warum Karl einwilligte. Jedoch ließ auch er Jeanne testen. Wieder musste sie sich einigen Glaubensprüfungen unterziehen, damit nochmal ganz sicher ausgeschlossen werden konnte, dass sie keine Hexe war und auch nicht von einem Dämon besessen. Auch ihre Jungfräulichkeit wurde von Adligen beglaubigt. Jeanne besteht auch wieder alle Prüfungen und ein Attest besagt ihr, sie ist unversehrt und rein. Als Karl hört, dass Jeanne alle Prüfungen bestanden hat, lässt er ihr eine Rüstung anfertigen. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die von Gott gesandte Jungfrau aus der Prophezeiung in silberner Rüstung wäre endlich gekommen, um Frankreich zu retten. Jeanne wurde eine Streitkraft bereitgestellt. Sie war nicht besonders groß, aber einige sehr kampferprobte Männer waren dabei und auch Offiziere, die viel Erfahrung hatten. Diese haben zwar zu Beginn versucht, Jeanne so ein bisschen zu bevormunden, weil eine Frau das Kommando wollte, die nie in ihrem Leben gekämpft hat, doch Jeanne setzte sich durch. Sie sei hier keine Galleonsfigur, sondern diejenige mit dem göttlichen Auftrag. Sie bestimmt, wie gekämpft wird. Die Streitkraft zieht direkt in Richtung Orléans. Ihre Aufgabe war es eigentlich nur, den in der Stadt eingekesselten Soldaten, die darin die Stellung hielten, mit Vorräte zu versorgen. Ein Eingang der Stadt lag noch frei, die Lieferung gelingt auch, doch Jeanne kann die darin stationierten Soldaten überreden, die Festung zu verlassen und den Engländern vor den Toren mit einem Angriff zu überraschen. Dass Jeanne angeblich die von Gott geschickte Retterin war, das wussten natürlich auch die Menschen von Orléans. Sie waren von der Tatsache, dass Gott auf ihrer Seite war, total begeistert und darum unterstützen sie den Plan. Sechs Tage wird Jeanne gegen die Engländer kämpfen. Sie wird in der Schlacht von einem Pfeil getroffen, aber sie überlebt. Und sie schafft es, die Engländer so weit wegzudrängen, dass sie schließlich aufgeben und ihre Truppen zurückziehen. Das war phänomenal. Damit hatte niemand gerechnet. Eine 17-jährige Frau, die keinen Dunst vom Kämpfen hatte, führt eine Streitkraft in eine eigentlich verlorene Schlacht und gewinnt. Jeanne bewies mit diesem Sieg, sie ist wirklich die von Gott gesandte Heldin, die Frankreich retten wird. Die Nachricht, dass eine Frau die Engländer aus Orléans vertrieben hatte, schlug in Europa ein wie eine Bombe. Die Franzosen schöpften daraus unglaublich viel Kraft. Plötzlich war jeder entschlossen, diesen Krieg können wir doch noch gewinnen. Diese ungeplante, erfolgreiche Rückeroberung von Orléans mischte die Karten in diesem Krieg noch einmal komplett neu. Sehr zugunsten von Frankreich. Auch begann sofort ein unglaublicher Kult um Jeanne d'Arc als Person. Sie wurde verehrt wie eine Heilige. Das ist Bibelmaterial, was da gerade passiert und jeder wollte dabei sein. Drei Monate später wurde Karl VII., wie von Jeanne vorausgesehen, zum König von Frankreich gekrönt. Ein weiterer sehr wichtiger strategischer Schritt. Frankreich fing wieder so langsam an, sich zu fangen. Jetzt hatten sie offiziell ein Staatsoberhaupt. Das ganze Land schöpfte neue Kraft. Und wer jetzt denkt, Jeanne hielt nach diesem fabulösen Sieg nun wenigstens den Respekt, den sie verdiente, der irrt sich. Sie war immer noch eine Frau und nach der Auffassung zu jener Zeit nichts wert. Klar hat sie das Ende von Frankreich fürs erste Mal abgewendet, aber noch war der Krieg nicht vorbei. Die Mehrheit am königlichen Hofe belächelte diese junge Frau doch sehr. Auch waren viele insgeheim erzürnt. Eine Frau mit kurzem Männerhaarschnitt in einer Rüstung, das ist doch eigentlich eine Sünde. Frauen dürfen keine Männerkleidung tragen, das war verboten. Jeanne fällt am Hof letztendlich in Ungnade, weil der frisch gekrönte König sie rasch als nervig empfindet. Karl VII. wollte diesen Krieg lieber friedlich beenden, doch Jeanne drängte ihn. Er müsse alle seine Soldaten sammeln und den Feind vernichten. Ihrer Meinung nach war Kämpfen die einzige Lösung. Der König gab ihr am Ende eine kleine Streitkraft, damit er seine Ruhe hatte. Und mit dieser kam Jeanne nicht weit. Ihr Versuch, im September 1429 Paris zu befreien, scheitert. Der König wendet sich daraufhin von ihr ab. Er möchte nichts mehr von ihr wissen. Auch desertieren viele Soldaten von Jeanne, nachdem die Befreiung von Paris misslingt. Oh, das in Orléans war nur ein Glückstreffer, sie ist doch nicht die Gesandte Gottes, sonst hätte sie ja nicht verloren, sie ist wohl doch eine Hexe oder besessen, bloß weg hier. Vor allem die Gunst des Königs zu verlieren, schmerzt Jeanne sehr. Sie wird leichtsinnig. Am 23. Mai 1430 wird Jeanne d'Arc verraten, verhaftet und einen Monat später an die Engländer verkauft. Ursprünglich wollte man sie an den französischen König verkaufen, doch dieser bekundet kein Interesse an Jeanne d'Arcs Leben zu haben. Er brauchte sie nicht mehr. Sie hatte nur Glück in dieser einen Schlacht. Sie hat ihrem König was von Visionen und göttlichem Auftrag erzählt. Das sei nicht eingetreten. Jetzt kann sie sehen, wie sie klarkommt. Die Engländer dagegen hatten großes Interesse, Jeanne in die Finger zu kriegen. Sie empfanden den Kult um ihre Person als höchst besorgniserregend. Nur durch Jeanne hatte Frankreich die Kraft, sich noch einmal aufzurappeln. Jahrzehntelange Arbeit war durch diese Frau zunichte gemacht worden. Außerdem war es ihnen natürlich mega peinlich, dass sie eine Schlacht gegen eine Frau verloren haben. Für die Engländer war klar, Jeanne d'Arc muss ganz schnell sterben. Sie konnten sie jedoch nicht einfach töten, auch wenn sie in Adelskreisen sowie am Königshof inzwischen sehr unbeliebt war. Im französischen Volk war Jeanne nach wie vor sehr beliebt. Sie galt da als Heilige. Eine unschuldige, einfache Frau von Gott ausgewählt, eine von ihnen vom allgemeinen Volk. Eine Hinrichtung hätte die Menschen dazu bringen können, ihren Tod rächen zu wollen. Und noch mehr Motivation für Frankreich wäre nicht gut gewesen. Darum wurde Jeanne laut den Gerichtsakten wegen ihres Aberglaubens, ihrer Irrlehren und anderen Verbrechen gegen die göttliche Majestät angeklagt. Kurz gesagt, man warf ihr vor, die Geschichten von ihren Visionen seien alle gelogen. Sie betreibt Gotteslästerung. Das, was sie ja gesehen hat, ist ja nie eingetroffen. Ein sehr schweres Vergehen. Der ganze Prozess war natürlich reines Theater. Dass Jeanne am Ende zum Tode verurteilt wird, war klar. Es sollte nur so aussehen, als sei alles fair abgelaufen, damit es nachher keine Aufstände gibt. Die Kleriker vor Gericht machten es sich natürlich schamlos zunutze, dass Jeanne Dark nicht lesen und schreiben konnte. Ihr wurde nichts erklärt. Sie bekamen kein Anwalt zur Verfügung gestellt. Man klagte sie auch wegen Mordes an, weil eine Frau zu jener Zeit kein Soldat sein durfte. Damit wurde ihr jede Person, die sie in einer Schlacht getötet hat, als Mord angerechnet. Sie war in diesem Gerichtsverfahren vollkommen sich selbst überlassen. Nichtsdestotrotz schlug sie sich im Zeugenstand phänomenal. Jeanne war nach wie vor sehr redegewandt. Sie zog die Kleriker vor Gericht mehrfach so richtig durch den Kakao mit gekonntem Sarkasmus. Auch entlarvte sie einige Fangfragen, die man sich ausgedacht hatte, um sie angeblicher Lügerei zu bezichtigen. Tja, wenig Bildung bedeutet nicht automatisch dumm. Jedoch kam es, wie es kommen muss. Jeanne wird wegen Mordes Hexerei zum Tod durch Verbrennung verurteilt. Als das Urteil vorgelesen wird, schreit Jeanne dazwischen. Sie schwört von ihrem Glauben ab, gibt zu, dass alles eine Lüge war. Sie bekennt sich in allen Anklagepunkten schuldig. Man streitet sich bis heute, warum sie das getan hat. Viele vermuten, es war wohl die Angst vor dem bevorstehenden Feuertod. Oder vielleicht war es sogar Strategie, denn mit diesem Geständnis war die Hinrichtung vom Tisch. Jeanne wird zu lebenslanger Haft verurteilt. In England war man sehr enttäuscht vom Ergebnis dieses Prozesses. Man dachte sich, das kann doch nicht wahr sein. Lebendig ist diese Frau eine absolute Gefahr. Wenn es ihr wieder gelingt, die Menschen so zu beeinflussen, dann gute Nacht. Und wisst ihr, wer sich dieser Meinung noch anschloss? Der französische König. Karl VII., der durch Jeanne d'Arc die Krone bekam, wollte ebenfalls, dass Jeanne nicht mehr lebt. Denn nachdem Jeanne die Schlacht um Paris verlor, war für ihn klar, sie ist doch keine Heilige, von Gott gesandt. Also muss sie eine Hexe sein. Und es gab am Hof schlimme Intrigen. Man sagte, oh, der König wurde durch das Werk einer Hexe zum König. Ein Sünder sitzt auf unserem Thron. Karls Macht war noch jung. Das hätte ihm den Kopf kosten können. Darum hatte er sich auch von Jeanne abgewandt. Er dachte sich, wenn er sie nicht mehr unterstützt, wird sie bald sterben. Und dann würde auch die Kritik um ihn verstummen. Darum hilft er ihr nicht, als sie in Gefangenschaft gerät. Lebendig war sie sowohl für Frankreich als auch für England eine Gefahr. Die bereits verurteilte Jeanne d'Arc wurde deswegen noch einmal vor Gericht gezerrt. Dieses Mal von den Franzosen. Und da war man besser vorbereitet. Denn sie hatten herausgefunden, dass Jeanne im Gefängnis Männerklamotten getragen hatte. Ja, was heute wie ein schlechter Scherz klingt, war vor 590 Jahren ein sehr schweres Verbrechen. Frauen mussten Frauenkleider tragen. Alles andere war eine schwere Sünde und somit strafbar. Zwar erzählt Jeanne, dass sie gar keine andere Wahl hat. Man hatte ihr im Gefängnis keine andere Kleidung zur Verfügung gestellt. Sie hat sich auch mit den Gefängniswärtern gestritten, dass sie das nicht anziehen möchte. Doch am Ende blieb ihr keine Wahl, wenn sie nicht erfrieren wollte. Außerdem schilderte sie, dass sie im Gefängnis schwer misshandelt wurde. Inzwischen hatte sie ihr Geständnis auch wieder widerrufen. Sie bekannte sich wieder zu ihrem Glauben. Sie behauptete, dass alles, was sie über den Sieg von Frankreich gesagt hat, alles, auch ihre Visionen, sei wahr. Sie ist die von Gott gesandte Retterin. Und damit war es dann auch vorbei. Das Urteil, Verbrennung als notorisch rückfällige Ketzerin auf einem Scheiterhaufen. Am Morgen des 30. Mai 1431 wurde Jeanne auf dem Marktplatz verbrannt. Sie ist zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Man war so paranoid, dass man ihre Asche sofort in einen Fluss kippte, damit ja keiner auf die Idee kam, ihre Reste zu sammeln und anzubeten. Jeanne d'Arc ist bis heute eine der wichtigsten Personen in der Geschichte von Frankreich. Eine Frau aus der untersten Schicht der Gesellschaft wird zur Kriegsheldin, die ein zerrüttetes Land wieder vereint und am Ende von ihrem König verraten und verlassen wird, weil sie eben eine Frau war. Viele Dinge, die sie betreffen, sind bis heute umstritten. 24 Jahre nach ihrem Tod leitete Karl VII. allerdings ein Verfahren ein. Dass er Jeanne hat sterben lassen, wird man ihm bis zum Ende seiner Amtszeit immer wieder vorwerfen. In dem Gerichtsverfahren werden viele Zeitzeugen und ehemalige Gefährten von Jeanne d'Arc befragt. Ihre Geschichte wird so gut es geht niedergeschrieben, jedoch fehlt da bis heute einiges. Man kommt zumindest zu dem Entschluss, dass sie es nicht verdient hat, so grausam zu sterben. Darum wird sie vom König nachträglich rehabilitiert. Selbstverständlich ohne diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die ihren Tod verursacht hatten. Die meisten davon waren sowieso schon gestorben. Jeanne d'Arcs Familie wird außerdem als Belohnung in den Adelstand erhoben und bekommt ein Wappen. Karl VII. wird den Hundertjährigen Krieg schließlich beenden. Nach Jeanne d'Arcs Tod wird es noch einige Schlachten geben, ein wenig Chaos. Der englische König kommt zum Beispiel einmal nach Paris und krönt sich dort zum französischen König. Das hat aber keinen interessiert. Frankreich schaffte es noch, ein sehr wichtiges Gebiet zu erobern. Wer da jetzt am Ende gewonnen hat, war mir bei meiner Recherche irgendwie nicht ganz klar. Aber man hat sich da wohl irgendwann mal drauf geeinigt, dass England das gesetzte Gebiet an Frankreich wieder zurückgibt. Und dass man beide Länder als unabhängig akzeptiert. Es wird nicht die letzte schwere Krise in Frankreich sein. Es gab einige Jahre später einen zweiten Hundertjährigen Krieg. Und ich rede hier nur von Frankreich. Die arbeitslosen englischen Soldaten unterstützten in England einen Krieg zwischen zwei Adelshäusern, die sich da um die Krone prügelten. Also in Europa war in der Zeit eine Menge los. Es gibt bis heute das Gerücht, dass Jeanne d'Arcs überlebt hat. Es gab zu jener Zeit immer wieder Frauen, die aufgetaucht sind und behauptet haben, sie zu sein. Doch wurde jede Frau früher oder später als Betrügerin entlarvt. Sogar eine Frau, wo die Brüder von Jeanne d'Arc gesagt haben, das ist sie. Ja, man hatte dieser Frau dann eine Menge Geld geschenkt, ihr eine Party finanziert und sie ist dann mit dem Geld abgehauen. Die Frage, ob Jeanne Stimmen gehört bzw. Visionen hatte, ist heute sehr umstritten. Einige Historiker sind der Meinung, sie hatte wohl eine Art Schizophrenie. Andere sagen, es ist ein Trauma, das ausgelöst wurde, als die Engländer ihr Dorf angegriffen haben. Dazu muss man aber auch wissen, dass es damals normal war, zu behaupten, man höre Stimmen. Es war die Art, mit heiligen Figuren aus der Bibel zu sprechen. Was da letztendlich dran war, kann man bis heute nicht sagen. Am 16. Mai 1920 wird Jeanne d'Arc vom damaligen Papst heilig gesprochen. Im deutschsprachigen Raum ist sie auch eher unter dem Namen Jungfrau Johanna von Orléans bekannt. Die Schreibweise ihres Namens variiert stark, auch wie man diesen ausspricht. Ihr Leben bietet nach wie vor Stoff für viele Geschichten. Ich kam einst auf ihre Geschichte, weil Jeanne d'Arc die Inspiration für den Anime Kamikaze Kaito Jeanne war. Dieser hat zwar wenig mit der Originalgeschichte zu tun, aber ich habe diesen Anime als Kind geliebt. Ich erzähle diese Geschichte nicht, weil ich wieder darauf aufmerksam machen will, wie grässlich Frauen zu jener Zeit behandelt wurden. Ich glaube, das ist inzwischen allen klar. Ich erzähle sie, weil, auch wenn viele Dinge, was Jeanne d'Arc betrifft, fürchterlich schief gegangen sind. Eines ist jedoch klar. Jeanne d'Arc ist eines der besten Beispiele dafür, wie unglaublich stark Hoffnung sein kann. Dass auch der kleinste Mensch aus der Gesellschaft etwas bewirken kann, wenn er nur den Mut dazu hat. Jeder kann Hoffnung spenden und das kann sich in etwas Unglaubliches verwandeln. Frankreich war am Boden, als sie kam. Hoffnung ist etwas, das sehr unterschätzt wird. Nur schade, dass es so enden musste. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Untertitelung des ZDF, 2020